Meine Finger schweben über der Tastatur und ich sage, ja, ich arbeite. Er sagt, kenn ich, kenn ich, kenn ich. Alles nicht so leicht. Ne, muss man doch erstmal drauf kommen. Immer raus damit, keine falsche Scheu. Nur sprechenden Leuten kann geholfen werden, leg los. Go, 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 ich bin ganz ohr. Erzähl nur zu, immer weg vom Körper, ich bin für dich da. Mit mir kann man reden, frei von der Leber weg, ich bin ein Mann, der zuhören kann. Und keine Sorge, what happens in Schanzenstraße stays in Schanzenstraße. Also bitte lass es sprudeln, reden ist so wichtig, die Sprache macht uns erst zu Menschen, was beschäftigt dich? Manfred, verpiss dich. Er nickte, stand da und dann brachte er nach, na, am Arbeiten, seinen zweiten großen Hit. Na dann frohes Schaffen.